Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf diesem Podcast Value of the Day, der Podcast mit Mehrwert. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Zakaria. Manshaallah, was jetzt? Lieber Bruder, wie geht's dir? Manshaallah, was beim Friseur? Ich war oft beim Friseur, Bruder. Der hat mir immer gesagt, pass auf aus dem Kaktus, können wir keine Rose machen. Ja. Alhamdulillah, ich hab einen gefunden, der gesagt hat, komm, ich wag mich mal da dran an den Kaktus. was ich mich aber frage ist jetzt, ne, ist ja offensichtlich du hast ja so ein bisschen ein paar helle Haare sag ich mal, ne fängt der Podcast schon super an du hast auf jeden Fall graue Haare warum färbst du nicht ist ja erlaubt, du hast ja braune Haare kannst du braune Handel zum Beispiel machen würde doch auch gut aussehen und könntest du weißt du, warum ich das nicht färbe weil wenn ich in den Spiegel gucke und das sehe dann weiß ich, irgendwann ist auch mein Tag gekommen das erinnert mich immer wieder dass das Leben kurzfristig ist dass wir alle sterben weil das Einzige, was sicher ist, ist, dass wir alle sterben werden keiner wird hierbleiben kein Einziger genau, jede Seele wird den Tod kosten und das erinnert mich immer daran und das bringt mich oft auch runter wenn ich in den Spiegel gucke, sehe weil du hast ja immer diesen 18-Jährigen, 19-Jährigen der richtig unterwegs war und so und dann sehe ich das und sage ich boah weil wir im Herzen, wir fühlen uns immer jung aber wie sieht mich jetzt ein 18-Jähriger der denkt, okay, der hat nicht mehr lange oder nicht von innen sehen wir uns ja immer jung aber wenn mich jetzt ein 18-Jähriger anguckt denkt, okay du siehst dich ja auch dann selber im Spiegel das ist ja auch nochmal eine Erinnerung genau, weil wenn du dich ja nicht siehst das Herz wird ja immer diese jung bleiben genau und deswegen mache ich das nicht deshalb sagt ja auch der Prophet das war eigentlich eine gute Sache der Prophet sagt auch immer dass man den Genusszerstörer sich sich vor Augen führen sollte also sich erinnern sollte an diesen Genusszerstörer und das ist ja der Tod wird ja immer der Genusszerstörer genannt das ist ja auch so wie du jetzt auch sagst diese Erinnerung da gab es auch glaube ich irgendeine Überlieferung auch mit einem grauen Haar einer hat ein graues Haar bekommen ja ich habe die jetzt gerade ich habe die jetzt nicht beraten aber das ist auch so ähnlich ja aber Bruder und das erinnert mich weil heutzutage sowieso in dieser vor allem hier westlichen Gesellschaft wo wir leben ist es ja gesellschaftlich nicht akzeptiert viel sich über den Tod zu unterhalten viel über den Tod zu reden ja so und bei uns ist es ja eigentlich in der islamischen Welt wer sich so oft daran erinnert soll es Friedhöfe besuchen soll es oft über den Tod reden was der Prophet gesagt hat weil ich habe euch verboten die Friedhöfe zu besuchen jetzt besucht sie denn sie erinnert euch an den Tod so hat der Prophet das so gesagt genau weil das ist ja das normalerweise vom rationalen Denken Denkvorgang musst du ja eigentlich überlegen okay es kann alles passieren hier auf der Welt noch alles aber das einzige was sicher ist 100% ist dass du sterben wirst genau aber keiner macht sich darüber Gedanken und keiner bereitet sich auch richtig darauf vor ja weil genau weil wenn du dir Gedanken machen dich hinterfragen würdest dann würdest du sagen okay ich gehe entweder diesen Weg oder es gibt ja verschiedene Arten vom Tod also wir jetzt wir Alhamdulillah wir sind überzeugte Muslime wir wissen für uns okay wie es dann weiter geht ja es gibt Leute die glauben an die Wiederbelebung also an die Wiedergeburt als Tier zum Beispiel warst du ein guter Mensch wirst du keine Ahnung ein Wellensittich warst du ein schlechter Mensch wirst du ein Skorpion ja die glauben halt da dran wirst du eine Ratte so ne das heißt alle Tiere die gerade hier sind oder eine Pflanze oder wie auch immer alle Tiere die gerade hier sind oder alle Pflanzen und alles nach deren Auffassung nach deren Glaube waren die immer Menschen immer gute oder schlechte Menschen es gibt verschiedene also das ist ja ja genau manche sagen dass man zurückkehrt zu seinen Schama also zu seinen Vorfahren zu seinen Ahnen und so weiter und so fort manche sagen ein Raumschiff kommt und nimmt dann die Auserwählten mit genau und manche glauben einfach dass gar nichts kommt genau das ist ja sowieso diejenigen die sagen okay danach kommt gar nichts komischerweise aber man hat das auch in Untersuchungen festgestellt auch diejenigen wenn die dann in diesem Zustand sind diese letzten Momente diese Trunkenheit des Todes genau dann merkst du schon der glaubt auch nicht mehr dran dass dann nichts mehr kommt ja das ist das ist interessant kennst du diese kennst du dieses da war so ein Beispiel so ein ja ein da ja hat das mal gemacht so jemand der zum Islam aufruft genau nur übersetzen genau der so halt islamisches Wissen hat und so hat es mal zu jemandem gesagt bei einer Unterhaltung mit jemandem der nicht geglaubt hat an das Leben nach dem Tod da meinte er zu dem okay sagen wir wir nehmen jetzt an du glaubst dich an den Tod und das Leben nach dem Tod und ich glaube an das Leben nach dem Tod lassen wir das mal jetzt beiseite sagen wir jetzt eine andere Sache es gibt einen Ort wir haben gehört der ist verseucht dieser Ort ist verseucht ne ähm wir wissen es aber nicht ähm ich gehe mit dem Anzug mit einem Schutzanzug dahin und du gehst ohne Schutzanzug dahin kommen wir dahin ist der Ort verseucht habe ich mich gerettet ist der Ort nicht verseucht habe ich auch nichts versäumt ne nach dieser Sache und das ist ja auch das ähm jemand der jetzt nicht daran glaubt der tut sich ja trotzdem irgendwie dann ins Risiko am Ende stellen am Ende doch vielleicht etwas zu treffen was doch dann sein könnte weißt du das ich meine und das ist genau wir sind ja davon überzeugt aber ich meine jetzt von sich von jemandem der nicht daran glaubt es ist auch es behält er ein Risiko dass da was sein könnte ja so Hasak wenn wir in die Wahrscheinlichkeitsrechnung gehen ne wir wägen es einfach nur ab ne wir gucken okay ähm wie viele ähm also welche Religionen gibt es wie viele Anhänger haben Religion ne jetzt sind wir Judentum wir nehmen die Christen wir nehmen die Muslime da sind wir bei so und so vielen Milliarden die glauben alle und die haben irgendwo alle denselben Ursprung ne so und immer weiter und immer weiter du guckst erstmal okay du guckst hier die ganzen Gemeinsamkeiten was haben die erstmal alle gemeinsam also wo kein Widerspruch steht dann akzeptierst du erstmal und dann arbeitest du dich langsam da dran jetzt sagen wir wie du gerade gesagt hast man sagt okay danach kommt nix okay jetzt ist meine Frage was verlieren wir denn mit unserer Überzeugung wir haben ein gutes Leben wir haben ein strukturiertes Leben wir haben Sinn einen Sinn im Leben und wir wissen was kommt wir wissen ja genau worauf wir uns vorbereiten ja Hachak wir sagen was kommt nix ja kein Problem ja ja ich weiß was du weißt guck mal und jetzt auch was du sagst zum Beispiel die die jetzt sagen nach dem Tod kommt nix jetzt wir als wir sind ja überzeugt und der Islam und auch der Koran oder auch die Überlieferung das sind ja unser Lebensinhalt das ist ja nicht einfach ein Glaube oder so ein Lebensinhalt wir haben ein gutes Leben wir haben ein strukturiertes Leben wir haben einen Sinn im Leben wir wissen genau was danach kommt wir wissen genau für was wir was tun wie wir es tun so wir sagen aber jetzt mal es kommt wirklich danach nix ja was haben wir verloren nichts wir haben ein super Leben gehabt ja so sagen wir aber wir haben Recht gehabt was ist dann mit dem ja wenn der Recht gehabt hat haben wir dann beide wir sind beide kommt ja nix mehr ja aber haben wir Recht gehabt dann wie dieser Anzug mit dem verseuchten Ort genau das ist eigentlich so ein ähnliches Beispiel genau es ist einfach mal interessant auch ich glaube wenn man ein bisschen die Leute mal ein bisschen mitnimmt weil auch heutzutage die Muslime vor allem sich auch nicht viel damit beschäftigen keiner weiß bestimmt wie eine Totenwaschung geht keiner weiß was danach passiert keiner weiß überhaupt wie der sich vorbereiten soll du weißt was ganz traurig ist ich habe ja schon ein paar Mal Totengebiet geführt ich brauche auch erst recht auch erst recht unsere jüngere Generation die ältere Generation hat das so ein bisschen noch mitbekommen weil die das ja in Marokko mitbekommen haben oder in ihren Heimatländern aber diese jüngere Generation die sind komplett aufgelöst zum einen ist da jemand gestorben den die mögen lieben die wissen nicht wie die damit umgehen können weil die sich sowieso oft in ihrem Leben fast nur mit materiellem und Spaß und so weiter beschäftigen und ich sage immer ist das Leben nur ein Spiel ja ist es nicht es geht ja nicht im Leben darum sich zu bespaßen aber viele führen ihr Leben so als ging es nur darum sich zu bespaßen und wenn dann der Ernst des Lebens kommt und das ist der Tod nun mal wenn eine liebende Person kommt dann wissen die nicht wie die damit umgehen sie wissen emotional nicht wie sie damit umgehen sollen dann sind sie voll übertrieben in ihrem in dieser emotionalen ja erschwerten Lage und sie wissen aber auch nicht wie sie aus ritueller Art und Weise damit umgehen sollen sie wissen nicht was die sagen sollen was die machen sollen wer wird angerufen welche Schritte müssen gegangen werden und so weiter und so fort die wissen in diesem Leben gar nichts also wie sagt man zu jemandem Beileid wie geht man dorthin was wird gemacht überhaupt die ganze Prozedur von dass ich mich darum kümmere wer der Bestatter ist das bestattet wird wird hier begraben wird im Heimatland begraben was sage ich dem gegenüber muss ich jetzt Essen machen für Leute die zu mir kommen wenn die Beileid sagen oder muss ich kein Essen machen müssen wir Essen machen für die dessen Toter gestorben ist und so weiter und so fort dann auch beim Totengebet kommst du da an keiner weiß was genau gemacht wird alle stehen da rum manche lachen sogar stehen da rum lachen während des Totengebetes ganz kurz nur zu dieser Situation ich war ja auch schon oft dabei oft ist ja ist ja viel Hysterie da Trauer Emotionalität und irgendwie weiß jeder das dann besser der eine sagt wir müssen den so hinlegen der andere sagt wir müssen das machen und alles durcheinander ja oft wenn da nicht jemand ist der das klärt dann ist sowieso ein bisschen diese oft immer diese jeder weiß besser wer tragt wer tragt ja genau wird was gesagt wird nicht gesagt und so weiter und so fort und dann siehst du auch die wissen nicht was gemacht wird jetzt wird der Tote genau wie du sagst wird jetzt hingelegt wird gebetet was wird danach gemacht wer trägt den jetzt ins Grab rein wer legt den rein was wird jetzt gemacht was wird jetzt gesagt so eine Hilflosigkeit ist da extrem die Leute wissen nichts darüber leider und wollen sich auch nicht so viel wie du sagst auch damit beschäftigen weil in der Gesamtgesellschaft das Thema wie du sagst Tod verpönt ist ein bisschen so darüber zu reden so nee 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 ich hatte damals auch Klassenkameraden die so nee nee red bloß nicht über den Tod so ja gibt es ja heute immer noch oft es gibt ja zwei Arten es gibt ja einmal diejenigen die dir über den Tod reden weil die sich den einfach als Erinnerung rufen okay alles ist vergänglich ich muss meine Pflicht dir nachkommen ein guter Mensch sein etc pp es gibt aber die anderen die das nur nehmen und sagen alles macht eh keinen Sinn verstehst du ich sterbe ja sowieso genau warum soll ich überhaupt das machen warum soll ich überhaupt dies so die sagen ja am Ende sterbe ich doch sowieso aber so ich sag weißt du es gibt einmal diese Art und es gibt diese andere Art und diese andere Art ist ganz ganz gefährlich weil da kommt wieder unser Freund Iblis ins Spiel genau es gibt ja ein Hadith vom Prophet der sagt sogar wenn Yom Kiyama eintrifft und du hast ein ein Setzling in deiner Hand dann pflanze ihn ne selbst wenn Yom Kiyama kommt sollst du diesen diesen kleinen Baum dieses Setzling pflanzen äh ich glaube so heißt das ich glaube so wird das genannt dass du ihn pflanzen sollst obwohl du weißt es kommt gleich die ganze Welt geht unter das heißt der Muslim bleibt bis zum letzten Moment seines Lebens immer noch jemand der etwas tut ja der nützlich der nützlich ist ja sogar guck mal und das ist für mich ein sehr sehr starkes Beispiel was du nennst weil guck mal was für eine Situation Yom Kiyama für Leute die das nicht verstehen ist der Tag der Auferstehung also ist dann wenn alles zu Ende geht wenn die Welt zu Ende ist jetzt wird abgerechnet und da sollst du noch wenn du gerade ich weiß es gibt mehrere Überläufe ich glaube eine mit Dattelkern aber bei dem was du gesagt hast das ist ein Setzling sollst du noch eine Pflanze pflanzen in dem Moment noch dann zählt so und das ist eigentlich gut eigentlich eine gute Definition genau was wolltest du dann tun wenn du jetzt noch genug Zeit hast das ist das ja der Professor sagt nicht erinnert euch dem Tod damit ihr Pessimisten werdet und durch das Leben geht damit ihr nichts tut das ist so eine das ist halt diese Einflüsterung die das dann nutzen ja und ja genau man sollte eigentlich so leben dass man jeden Moment sterben kann aber man sollte immer weiter an seinen Dingen arbeiten das ist das ich will dir ein paar Fragen stellen wenn ich darf gerne okay weil wir haben ja bestimmt einige Zuschauer die das nicht wissen ich weiß natürlich einige Sachen darüber aber ich frage mal wie als wir das gar kein Problem frag gerne was du genau weil du ja selber gesagt hast auch dir das sehr also du das auch selber gemerkt hast dass das halt sehr verpönt ist und dass viele viele darüber kein Wissen haben es sterbt jemand wie ist der Ablauf Ablauf von wie es übernatürlich ist also im Rape oder das was wir machen müssen wir fangen erstmal hier praktisch an also du kriegst einen Anruf oder man kriegt einen Anruf da ist jemand verstorben ja eigentlich in den letzten Minuten wenn man mit diesem Toten ist und dennoch in der Trunkenheit des Todes in der wie der Prophet sagt in seinen letzten Momenten wo er bei Aiche in einem Haus war da ist er nämlich gestorben der Prophet die größte Tragödie dieser Ummah dass unser Prophet verstorben ist in der Kameritun und in der Ummahitun gewiss du wirst sterben und sie werden sterben als der Prophet in den Armen von Aiche der dann gestorben ist und sagt er in den letzten Momenten gewiss es ist die Trunkenheit des Todes der Prophet hat selber die Trunkenheit des Todes gespürt das heißt dieser Moment wenn der Mensch nicht mehr bei sich ist sich verliert und wieder zurückkommt in sein Bewusstsein geht und kommt das ist sowieso der schlimmste Moment den es gibt weil da kommt der Schaitan und versucht dich abzuhalten davon als 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 Allahs Anbieter zu sterben und dieser Moment sollte man versuchen Talqin zu machen von der Schahade das heißt versuchen diese Person zu sagen sag dass man am Totenbett versucht diese Person Talqin zu machen die zu überzeugen dass diese Person die Schahade sagt und weil wir kennen die Hadith wer die Schahade als sein letztes Wort sagt der tritt ein ins Paradies und man sagt in diesem Moment einem Ende sowieso das was in einem Herzen ist das ist sowieso so ein schwerer Moment so eine auch Allahs wie der Prophet Talqin selber die auch gespürt hat diese Trunkenheit des Todes dass du in diesem Moment das sagst was du gelebt hast was in deinem Herzen steckt und ja dann sollte man auf jeden Fall die Schahade versucht zu sagen und wenn die Person dann natürlich stirbt schießt man seine Augen die Person liegt dann da und dann sollte man natürlich sich so schnell wie möglich darum kümmern dass man einen versucht einen Bestatter auch zu anzurufen der dann meist sind die Bestatter hier in Deutschland sehr sehr professionell ich habe mit einigen auch schon Kontakt gehabt und so die kommen dann die sagen dir was du zu tun hast die kommen dann die machen dir auch dann meistens sind die auch nette Leute die versuchen dich dann in diesem Moment aufzufangen und so weiter und so fort ja und das sollte man machen wenn man auch Kontakt hat zu seinem Imam vielleicht dass man den Imam anruft der zu einem kommt und dann einem dann vielleicht auch in diesem Moment weil in diesem Moment auch wenn ich dir sage wirst du das vergessen meistens aber diese wichtigen Punkte dass man vielleicht einen Imam ruft dass er einem dann vielleicht die Schritte dann sagt die man dann machen kann im Endeffekt kannst du selber nicht viel machen weil es muss ja sowieso der Tod festgestellt werden die Polizei oder der Krankenwagen meistens ruft man den Krankenwagen der kommt dann und dann wird dann dieser Mensch zum Krankenhaus gebracht damit der Tod festgestellt wird und dann wird der Bestatter sich direkt mit dem Krankenhaus in Kontakt setzen und so schnell wie möglich weil bei uns Muslimen ist das wichtig dass das schnell passiert eigentlich sollte man sobald der Tote gestorben ist ihn sofort eigentlich aus islamischer Sicht den Toten sofort eigentlich waschen bevor man ihn wäscht macht man was auf seinen Magen dass alles was in seinem Körper drin ist die restlichen Sachen rauskommt dass man dann ihn wäscht und vorbereitet und dann ihn auch zum Teil parfümiert und dann in den Käffern in die sogenannten Leichtentücher legt und dann sofort wie möglich das Totengebet verzieht das Totengebet kennt ihr sicherlich dass man Vierer Kaat betet für den Toten nach der meisten Meinung für Rakaat äh nicht für Rakaat sorry für Takbirat ich habe mich gerade vertan Totengebet hat kein Rakaat sondern dass man viermal Allahu Akbar sagt und es gibt verschiedene Madaib was danach gesagt wird das bekannteste was jetzt hier verbreitet ist in Deutschland was die meisten wo ich gesehen habe was die machen ist nach der ersten Takbirat ist Surat al-Fatih nach der zweiten ist Salat al-Ibrahimi dass man danach dem dritten dann das Dua für den Toten macht das bekannte Dua und so weiter und nach dem vierten der Gebet Dua für die ganzen Muslime das ist dann und dann das Islam das ist so das Bekannte und wenn man dann das Totengebet gemacht hat eigentlich sollte man den Toten direkt begraben und eigentlich sollte der Tod auch da begraben werden wo er stirbt dieses Transportieren in eine Heimatländer und so war früher ich glaube mittlerweile gibt es viele muslimische Friedhöfe und Regelungen wo die Muslime auch viel machen und die ersten die damit angefangen haben waren ja die Palästinenser das hat ja auch einen bestimmten Grund weil die Palästinenser haben kein Rückreiserecht die können nicht nach Palästin zurück und die waren somit eine der ersten Muslime die sich hier begraben lassen haben man muss ja auch sagen reine islamische Friedhöfe glaube ich gibt es nicht aber es gibt separate Felder aber noch gemischt da liegen Christen da liegen und vor allem gehen die auch hin und schmeißen alle dahin also es ist dann ein islamischer Friedhof aber alles ist dann da Sunni ja 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 alles ist Sunni das will ich damit sagen und es gibt immer noch Bundesländer wo Sargpflicht ist weißt ja meistens ist Sargpflicht ja es ist halt wie der heißt spricht der Sunda weil der Sunda bei uns damit versteht wir machen zwei Arten von es gibt zwei Arten von Begraben also wie man wie man den Toten in das Grab legt es gibt den Lahd das ist so ein wie eine Art El das du runtergräbst und dann in Richtung Qibla so eine Art Furche machst du tust den Toten dann rein die Saudi-Arabien das machen die das genau dann legst du den Toten so hin dass er so mit seinem Gesicht zur Qibla guckt ja das dann liegt er dann genau so mit dem Gesicht zur Qibla und es gibt den Shaq das heißt ein großes Loch und dann im großen Loch nochmal ein zweites Loch wo du dann den rein legst und dann das zu machst genauso aber auch wieder zu Qibla guckt es gibt diese zwei verschiedenen Varianten die ich kenne ja und genau weil auch dieses zeitnah begraben ist ja dann auch nicht möglich wenn die meisten halt in der Heimat begraben wurden sagen wir mal der stirbt Freitag dann reicht es erstmal keine Behörden du brauchst ja die ganzen Unterlagen Unterlagen genau kann er erst Montag fliegen bis er dann ankommt meistens dauert das dann noch länger meistens ist der erste Mittwoch da das will ich ja damit sagen deswegen ist das ja auch dann der ist dann die ganze Zeit im Kühllager ich hab das ja auch schon alles mitgemacht ja ja und ja und du weißt dass das jettrisch teuer ist Friedhof und so ich weiß es gar nicht wie die Preise sind die Preise kenne ich gar nicht Steuer also ich glaube lass mich nichts Falsches sagen zweieinhalb plus noch du musst ja Miete was zahlt man Miete jährlich nein hat man gesagt in Deutschland hört das nie auf ich bin tot und ich muss immer noch Miete bezahlen sogar ein Grab verfolgen der sagt dieser Deutschland ist nicht normal weil er sogar ein Grab muss ich noch Miete bezahlen das hört nie auf drüben ist billiger weißt du ja ne ja drüben ist billiger ja und früher ja es gibt ja auch manche die lassen sich auch begraben auf ihren Familienfriedhöfen zum Beispiel früher also früher wo die ersten Gastarbeiter und diese ganzen Dings gekommen sind erstmal haben die ja nicht gedacht dass die sterben so schnell und zweitens haben die gesagt die gehen ja zurück ja die war ja sowieso der Plan dass sie zurückgehen war ja gar nicht genau aber als dann welche gestorben sind haben die zum Beispiel das Sozialamt oder eine soziale Hilfeempfänger haben das nicht übernommen aber hier übernehmen die das obwohl es hier teurer ist als mit Reise mit Pflege also das nach ah ok verstehe wahrscheinlich haben die Angst dass der da einfach verscharrt wird weißt du und das Geld einkassiert deshalb genau das ist es das ist der Grund genau das ist der Grund dass die damit kein Unfug anfangen wo alles was so in diesen Bereichen ist die wollen immer die Kontrolle drüber haben wo es um Kleingeld geht weißt du was eigentlich keinen interessiert wenn du guckst Wirtschaftskriminalität in Deutschland was die oben da treiben da kannst du alles zusammenrechnen Corona du kannst alles zusammen alle Kriminellen alles was die gemacht haben ist nicht mal ein Prozent davon was die da oben machen Bruder Scholz ja 50 Milliarden oder 50 Milliarden ich weiß gar nicht wie der sagt ich erinnere mich nicht ich kann mich erinnere sag du das mal geh mal zur Pfanne ich weiß nicht wie das war Subhanallah auf jeden Fall Tränen schade ja genau ist auch teurer normalerweise billiger wenn man die rüberschicken wird aber die vergraben den hier und bezahlen das dann und du musst noch diese Platzmiete vielleicht machen wir mal eine Folge mit einem Bestatter da können wir mal gerne wenn ein guter ein muslimischer Bestatter zu uns als Gast kommen möchte genau gerne stell dich vor schreib uns und wir laden dich ein und ja oder wir kommen auch zu dir ja können wir auch gerne machen zu dem fahren waschen können wir das zeigen auch waschen ein Grab runter auch gut für uns einfach mal nochmal diese Erinnerung also ich habe auch Freunde begraben da musst du auch mal das ist das also was was krass ist es ist schon krass wenn du Leute Fremde begräbst aber das geht noch ich glaube da kann man noch so ein bisschen funktionieren aber bei Familie Freunde ist das ist schon hart ich habe einen zum Beispiel einen Freund von mir habe ich in Medina haben wir den begraben 21 Jahre alt hat der Autounfall gehabt aus dem Auto geschleudert worden der Fahrer ist eingeschlafen am Steuer er hat gerade geheiratet eine Woche gerade geheiratet war auf dem Rückweg von von Kuwait nach Medina ja ja mich auf jeden Fall da und so auch andere Leute die ich kannte das war schon das ist schon ein anderes wenn du dann reingehst ins Grab und mit rein und so weiter das ist schon ich bin eigentlich so Typ ich bin wenn ich in diesem Schockmoment bin ist alles kein Problem aber so weit das runterkommt weißt du Adrenalin weg ist wenn alles weg ist dann ist es schwer dann ist es schwer ja genau und was ich auch noch sagen wollte Subhanallah Tod kennt kein Alter ich habe viele Freunde und auch Leute kennengelernt also erlebt Todesfälle mit 21 ich habe mehrere auch teilgenommen und auch selber geführt Todesgebete bei Leuten die 18 waren das ist unglaublich weißt du also mehrere schon ich kann mich ich habe sogar ich habe mehr Geneses teilgenommen oder ungefähr die Hälfte war wo Leute unter unter 25 waren deswegen sollte man die Augen öffnen das ist halt so ein Thema was natürlich die Leute immer nicht gerne hören wollen aber im Endeffekt werden wir alle alle von dieser Erde gehen und die weg sind sage ich immer die sind nur vorgegangen die sind nicht tot die sind nur vorgegangen okay jetzt haben wir einmal diesen also diesen Weg beschrieben waschen was dann alles passiert was passiert danach also nach unserer Überzeugung aus islamischer Überzeugung ist es sogar bei dem Zeitpunkt als wenn du am Sterben bist sagen wir mal diesen Moment des Sterbens ist es so je nachdem welchem Zustand du warst ob mu'min oder nicht mu'min also ob du den Iman hattest in deinem Herzen oder keinen Iman hattest ist es so dass was gleiche Szenarien passieren aber genau gespiegelt sage ich mal oder genau Gegenteil und zwar in dem Moment als mu'min wenn du stirbst ist es so dass in diesem Moment Engel herabkommen mit schon auch einem so gesehen Käffern diesem Tuch worin ein Toter gelegt wird und die dabei bereit sind und dann der Todesengel kommt und sagt oh du gute Seele komm heraus und es ist dann so dass in diesem Moment die Seele des Mu'min herauskommt fließend sie fließt so gesehen aus dem Körper heraus aus der Seele heraus und sie wird dann in diesen Käffern von den Engeln so gesehen getan in dieses Tuch von den Engeln getan und dann gehen die Engel und steigen empor mit der Seele der Körper ist auf dem Boden also ist anwesend dann hier und sie gehen dann empor und steigen dann empor in die Himmel und fragen immer die Öffnung des ersten des zweiten des dritten Himmels und so weiter und so fort und jedes Mal wenn die vorbeikommen eine Gruppe von Engeln wird immer gefragt wer ist diese wunderbare Seele die ihr mit euch habt und dann werden die sagen das ist der und der und dann wird er mit dem besten Namen genannt mit denen er genannt wurde bis er bis zum höchsten Himmel gebracht wird und dann wird Allah sagen bringt ihn herab also lasst ihn wieder herab gehen in seinen Körper und dann geht er wieder herab in seinen Körper und dann geht er wenn er in seinen Körper kommt und er ist dann im Grab kommen die zwei Engel zu ihm und sie befragen ihn dann die setzen ihn auf und dann befragen sie ihn wer ist dein Herr was ist deine Religion und wer ist der Mann der zu dir geschickt wurde dann wird Allah ist mein Herr und die Religion ist mein Islam und der Mann der geschickt wird von Mohammed also es kommen dann zwei Engel ins Grab und machen diese Befragung genau diese Engel sind manche sagen es wird manche Überlegung genannt dass es Munkar und Nakir Nach der Befragung kommt ein Mann und dann wird ihm das Grab wenn er die richtig beantwortet genau wenn er die richtig beantwortet du beantwortest die sowieso nicht nach Wissen sondern nach dem was ich gesagt habe nach dem wie du gelebt hast dann wird das Grab geweitet erleuchtet und es kommt ein Mann der wohlriechend gut aussehend ist und dann fragt der Tote wer bist du und er sagt ich bin deine Taten die du getan hast in deinem Leben also sie sind personifiziert deine Taten werden personifiziert als eine gut wohlriechende Person kommt zu ihm und so weiter und dann wird ihm ein Tor zum Paradies geöffnet und er bleibt dann in diesem Ort und das ist schon Barzach das ist die Barzach Barzach ist ab dem Zeitpunkt wenn deine Seele deinen Körper verlässt dann bist du in der Zwischenwelt Zwischenwelt weil du kommst ja nicht mehr zurück Halas also es gibt eine Zwischenwelt zwischen dem Paradies oder also zwischen die Jenseits und die Jenseits einfach oder so genau es gibt eine Zwischenwelt die nennt man Barzach genau und genau und das ist dann du verweilst dann bis Yom Al-Qiyama in diesem Ort bis ins Horn geblasen wird das zweite Mal und dann kommst du wieder auf wirst auferweckt mit Körper und Seele unbeschnitten unbekleidet kommst du wieder und wirst auferweckt so wie Allah dich das erste Mal erschaffen hat das heißt wenn du hier auf der Erde dein Arm verloren hast ist der wieder da dein Bein verloren ist also komplett wie du wie Allah dich erschaffen hat das erste Mal dann interessant ist das Eiche oder der andere als ihr das gehört habt dass die Männer ich glaube es war Eiche ich weiß nicht ob es Eiche 100% aber eine der Frauen des Prophetes aber ich glaube es war Eiche sagt aber Männer und Frauen unbekleidet oder so sagt die Angelegenheit an diesem Tag ist zu gewaltig dass du gar nicht das registrieren bist du denkst gar nicht an Frau guckst auf Frauen oder Männer gucken auf Männer oder Frauen gucken auf Männer oder Männer gucken auf Frauen oder so weiter gibt es gar nicht gibt es gar nicht an diesem Tag gibt es nur Nefsi Nefsi ja du fragst nicht nach deiner selbst wenn deine Mutter nach einer Hassanah fragt von dir an diesem Tag kennt keiner an diesem Tag jeder möchte weil jeder weiß an diesem Tag geht es um alles es geht um die die Ewigkeit ja und deshalb an diesem Tag das ist die Seele von dem Mu'min was passiert mit dem es ist eigentlich das gleiche nur andersherum was passiert es kommen schon die Engel die mit ihm sind sind nicht dieselben die Engel die mit dem Mu'min sind es ist natürlich eine Situation der Angst und dann kommt der Todesengel und das Herausziehen der Seele wird sein wie ich weiß nicht wie man das übersetzt aber das ist wie Nägel die verhakt sind in Wolle die Seele wird rausgerissen mit Schmerz dieser Moment wird sehr hart sein und genau und dann wird dieser wird er auch hoch getragen aber schon beim ersten Himmel wird gesagt dem werden nicht die Tore geöffnet des Himmels und er wird direkt runtergeschickt zurück er wird auch gefragt wer ist diese Person und so weiter gleich wie bei dem anderen wird auch gefragt aber nicht wer ist diese wohlriechende oder gute Person sondern wer ist diese schlechte Person wird mit seinem schlechtesten Namen gerufen und dann geht er zurück in seinen Körper wird er geschickt und dann wird er auch gefragt die drei Fragen und er sagt immer haha oder er sagt haha ich weiß es nicht und dann wird ein Hammer zwischen ihm auf seinen Kopf grauen und er wird zerschmettert und wird er zusammengebracht und wird wieder dieselbe Frage gefragt dreimal also die drei Fragen wird er gefragt und dann wird sein Grab so eng sein dass seine Rippen sich so verhaken und dann wird sein Grab sein Grab wird so eng sein dass seine Rippen sich verhaken und es wird ein Mann kommen auch zu ihm aber genau das Gegenteil nicht wohlriechend sondern schlecht also ein Mann der sagt wer bist du und er sagt ich bin deine Taten die du in deinem Leben getan hast und genau das Gegenteil auch wieder ein Ort des Höllenfeuers ein Tor zum Höllenfeuer wird ihm geöffnet und er wird dort verweilen bis was aber man wissen sollte über das Grab ist auch der Mu'min kann sein auch der Muslim kann sein dass er im Grab bestraft wird das heißt es kann auch sein dass du im Grab bestraft wirst wie wohl wissen wir das es gibt ein Hadith der Prophet wo er einmal mit den Sahabern an zwei Gräbern vorbeigeht und er sagt sie werden beide bestraft aber sie werden nicht bestraft für etwas Großes was den einen angeht er hat Namima begann das heißt er hat zwischen zwei Parteien Nachrichten gebracht dass zwischen denen Fitna also das was ihr heutzutage alle lustig findet genau Fitna Fitna ich mache Fitna der macht Fitna genau dass man zwischen zwei Parteien anheizt zwiespaltet einheizt damit zwischen denen Probleme kommt und was den anderen angeht er hat sich nicht vor dem Urin er hat sich nicht geschützt vor dem Urin manche haben sagen das damit gemeint dass er seine Aura gezeigt hat und manche sagen nein er hat nicht darauf geachtet dass seine Kleidung sauber ist von Unreinheiten für Gebet und so weiter weil wir Muslime müssen uns ja reinhalten für die Gebete unsere Kleidung muss ja frei sein von Urin und Kot und anderen Unreinheiten und da merkt man was heißt das also das heißt es gibt auch für gewisse Handlungen Konsequenzen im Grab ja und dann gibt es halt viele verschiedene Streitigkeiten zwischen den Leuten des Wissens zwischen verschiedenen Gruppen auch wird da wird da nur die Seele sein oder wird auch der Körper mit bestraft oder wie sieht das aus und so weiter und so fort ok ich habe jetzt alles nicht extrem im Detail gemacht damit ihr versteht damit ihr einen allgemeinen Überblick habt über diese Sachen genau wir wollen da nun allgemein das ist auch was wir oft hier machen wir diskutieren oder besprechen ein paar Themen sehr oberflächlich weil wir können hier keinen 6 Stunden Podcast machen genau so klar und diejenigen die es ja sowieso besser wissen ob die es besser wissen ist eine andere Frage aber die haben ja sowieso dann auch schon gelernt nicht nur gelernt die gehen ja hin und korrigieren ja und schreiben ja in die Kommentare aber Alhamdulillah unsere Leute sind meistens Salam Obalik ich habe die letzten Kommentare gesehen sehr sehr positiv auf jeden Fall erstmal danke für den Support danke für eure Unterstützung ok das heißt diese Person die dann in den Grab kommt also entweder gut aussehen gut riechen das sind eigentlich die Taten die man hier vollbringt und wenn die halt nicht ist da sind halt dann die schlechten Taten und das muss sich auch jeder vor Augen führen im Endeffekt wenn du stirbst bist du erstmal titellos Al-Mayed genau das heißt schon beim Totengebet wir beten auf Al-Mayed kein Zakaria kein Omar kein nur der Tote ob du Doktor warst ob du egal was du warst im Endeffekt wenn du zum Grab getragen wirst ist alles weg weil viele haben sich in diesem Leben weil die sich diesen Fragen nicht stellen oder haben sich gar nicht richtig kennengelernt weil die sind ja einfach nur ein Titel keine Ahnung Omar so und so Zakaria der und der der Arzt der Putzmann der dies der Chemikant der Taxifahrer du bist ja immer nur auch mit dem Titel rollen genau und da steigerst du dich dann rein aber soweit man in diesen Lebensabschnitt kommt in diesen Prozess kommt das juckt keinen mehr der Prophet sagt drei Dinge gehen mit dir in den Grab deine Familie dein Vermögen deine Familie dein Vermögen und deine Taten zwei kehren zurück und nur eine Tat bleibt mit dir Familie und dein ganzes Vermögen was wir hier die ganze Zeit jagen und Gas geben geht wieder zurück das Einzige was mit dir bleibt in dieser Situation die Zakaria ihm beschrieben hat sind deine Taten und das ist halt dann diese Person die dann da ist genau und weißt du was auch interessant ist weil du gesagt hast du bist eine Rolle weißt wo du im Leben gibt es so manchmal Situationen wo du so diese wo du merkst dass das wo du merkst halt dass diese Rolle nichts bringt und dass es so ähnlich wie beim Tod ist bei der Hajj weil wenn die alle das weiße Tuch tragen und auch keinen Kopf bedeckt haben da sind diese Millionäre oder diese Leute die extrem erfolgreich egal wer das ist der sieht einfach ganz normal aus wie der andere du kannst nicht unterscheiden du musst auch genau dasselbe machen genau und du bist nicht auf irgendwo höher als jemand oder so du bist auf der gleichen Ebene du machst einfach alles dasselbe du wirfst genau da Stein wo der andere Stein wirft und so weiter und so fort und da merkst du das in der Welt wie krass eigentlich wir alle gleich sind und im Endeffekt wenn wir im Grab liegen interessiert am Ende kein was du wie du gesagt hast genau das sollte man sich vorgeführt nur kurz zum Hajj da sagen ja einige das soll so ein bisschen Light-Version von Yom Qiyama darstellen genau hast du schon mal ich weiß nicht wo du bei Jamarat warst wo man steinigt das sind mehrere Etagen genau hast du mal runtergeguckt ich weiß nicht ob du mal runtergeguckt hast doch ich habe runtergeguckt aber ich kann mich gerade das nicht erinnern wenn du runterguckst egal in welchen beiden Seiten du siehst kein Ende vom Menschen subhanallah du siehst eine weiße Menge die so wie Ameisen kommen von der einen Seite und du siehst wie so eine Ameisengruppe auf die andere Seite weiter weg geht subhanallah weil Yom Qiyama wenn wir wieder aus dem Grab kommen ist ja wo Aisha fragt guck der andere nicht den anderen an werden wir zum Mahshar kommen zum Ort wo wir gesammelt werden die Menschen wo wir abgerechnet werden sowieso der Tag ist der krasseste Tag der ist 50.000 Jahre lang dieser Tag und dieser Tag wird die Sonne sehr nah über den Köpfen der Menschen sein es wird sehr heiß sein es gibt keinen Schatten außer den Schatten den Allah subhanahu wa ta'ala gewissen Menschen gibt weil sie gewisse Taten gemacht haben wie wir den Hadith kennen sieben Leute kriegen Schatten am Tag des jüngsten Gerichts an dem es keinen Schatten gibt außer dem Schatten Allahs der gerechte Herrscher der Mann der eine Spende gegeben hat mit seiner rechten Hand sodass seine linke Hand nicht weiß was er seine rechte Hand gespendet hat der junge Mann den eine Frau mit Schönheit und Position aufruft zu Unzucht und er verweigert und sagt ich bin Allahs Adina derjenige der in seiner Jugend aufwächst im Islam dann derjenige der Allah im Verborgenen erwähnt und sein Auge tränt es gibt noch zwei Stück fallen mir jetzt gerade nicht ein ich kenne die aber ich habe jetzt gerade auf jeden Fall sind das einige Taten subhanallah die getan werden dass man dann Schatten bekommt und ja das heißt es ist ein sehr großer gewaltiger Tag der gewaltigste 50.000 Jahre lang es ist heiß es gibt nichts Essen und das Interessante ist die Welt wird nicht so sein wie die Welt jetzt ist das heißt es gibt keine Anhaltspunkte mehr Berge sind nicht mehr da es ist einfach ein platter Ort einfach und die Menschen werden dann alle zu diesem wie du sagst zu diesem einen Mahschal zu diesem Ort die Zusammenkunft gebracht um damit die Abrechnung vollzogen wird ja es gibt ja verschiedene also in verschiedenen Glauben gibt es ja natürlich auch verschiedene Glauben an den was nach dem Tod passiert ich glaube die haben ja schon gesagt manche glauben daran dass der Ei an einer Wiedergeburt als Tier manche zum Beispiel in Indien ich weiß nicht ob das heute noch gemacht wird ich glaube die machen das noch heimlich aber die Polizei mittlerweile geht dagegen vor aber da ist es halt so dass die Frau nur als vollkommen gilt dass wenn der Mann stirbt dass die mit verbrannt wird ja es gibt eben ich glaube Ibn Battuta Santi Sati also um diesen Sati um diesen Titel zu erreichen muss die mit verbrannt und weißt du wer das das krasse ist Ibn Battuta ein ganz großer das ist der größte muslimische Reisende der hat davon erzählt der meinte ich kann da nicht also der konnte das nicht er konnte das nicht wahrhaben als er das gesehen hat in seinen Berichten wo er das gesehen hat und er hat das gesehen wie eine Frau lebendig verbrannt wurde die drücken die auch rein mit so langen Bambus oder die machen so eine Tür dann schmeißen die vorne rein und meistens machen das auch so die eigene also eigene Kinder und so weil die wollen nicht dass die dann mit denen lebt weil die als unvollkommen gilt weil die glauben da dran dass die da wenn die beide sterben als Ehepaar wieder aufstehen und was wenn die Frau stirbt was wenn die Frau stirbt wird dann nicht verbrannt dann nicht das ist ja interessant aber vielleicht sagen wir mal so die Ehe ist nicht so gut verlaufen ich hab die gar keinen Bock an Ewigkeit oder wieder Ewigkeit aber überlegt man die wird gezwungen die wird verbrannt und dann sieht die den wieder das ist doch flucht nein aber also weil viele immer ja sagen das ist strange das ist so das ist so ich sag immer okay was ist der Maßstab wenn wir Maßstab nach Lust und Laune gehen siehst ja die einen werden beim lebendigen Leib verbrannt einfach die anderen so verstehst du man braucht doch man braucht einfach einen Maßstab man kann nicht von sich selber aus sagen was passieren wird da kommt es ja nicht man fragt am Ende den derjenige der den Menschen oder dich erschaffen hat die Sache ist die das sind ja die Sachen wir nennen das ja die Angelegenheiten Angelegenheiten des Verborgenen und es gehört zum Iman an das Verborgenen zu glauben wie kommen wir denn an das Verborgenen auch die Leute sind so überzeugt dass es Leben da draußen gibt Aliens und so weiter das finden die nicht crazy aber die finden das crazy oder alles Hellseher Kartenleger Sternzeichen alles Magier Verzauberer an alles glauben die aber wenn du mit einer logischen rationalen Erklärung kommst es gibt Allah Ta'ala er hat das erschaffen so und so mit Beweisen glaubt der nicht sagt der boah ihr seid aber verrückt wie kann man an sowas es wird auch Leute geben die jetzt uns zugucken die werden sich denken wie bescheuert können Menschen sein die hier leben dass sie an sowas glauben ja wir glauben Alhamdulillah daran weil wir haben uns auch damit auseinandergesetzt und wir machen das nicht einfach nur aus Lust und Laune die sind überzeugt das ist wichtig ja genau ok Zakaria ich glaub dieses Thema das ist eine kleine Erinnerung ich glaub wir noch mal eine speziellere Folge draus machen vielleicht dass wir mal auf verschiedene Kulturen eingehen genau was die glauben was die verrücktesten oder verrücktesten euch in gewissen Abständen immer wieder mit dem Tod besucht Grabstätten besucht die Gräber um euch an den Tod zu erinnern an die Genusssterstörer weil das uns ja in dieser schnelllebigen viel auf Spaß basierten Welt oft Konsum auch Welt oft verloren geht macht das auf jeden Fall und der Tod ist nicht das Ende sondern der ist der Anfang für ein oder das wahre Leben genau also den Tod nicht benutzen um depressiv zu werden sondern den Tod benutzen um zu sagen ok Vollgas geben ich werde der beste Mensch der ich sein kann um am Ende dann die Ewigkeit zu erlangen und zu gewinnen zu den Gewinnen zu gehören genau Dankeschön Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Peace wir sind raus Peace in der Middle East